Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kick-Off zur nächsten Folge von 5 Transfers für. Und ja, heute geht es weiter mit dem FC Schalke 04 und ja, Schalke war auch schon mal dran, aber bedingt durch neue Trainer, durch erste erfolgte Transfers, habe ich mir gedacht, mache ich Schalke und Gladbach jetzt am Ende von 5 Transfers nochmal. Heute also Schalke, den nächsten Tag kommen nochmal zwei, drei andere Team, besonders nochmal Borussia Mönchengladbach, weil sie einfach da so ein bisschen was geändert hat, wodurch eben auch eine weitere Folge von 5 Transfers sehr, sehr spannend ist. Denn auf Schalke haben wir jetzt beim Bundesliga-Aufsteiger einen neuen Trainer mit Frank Kramer, aber auch schon erste Neuzugänge mit Moor, Mollier, Kraus, Hekerin, Greimel, Cissé und Schwolo, wodurch der Kader kompletter ist, aber eben noch nicht endgültig perfekt. Es ist schon viel passiert, es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass die ganzen Leihrückkehrer Schalke nun wieder verlassen, was natürlich das klare Ziel ist und davon nehmen wir hier auch aus. Und dann machen weitere 5 Transfers auch auf jeden Fall Sinn. Die Position des Torhüters war ja schon mal eine sehr, sehr wichtige. Alexander Schwolo ist Schalkes Nummer 1 im Kampf gegen den Abstiegskampf und ich denke mal, damit hat man auf jeden Fall vor allen Dingen auch günstige Lösungen gefunden. Was aber auch ein Problem ist, ist meiner Meinung nach die rechterleidiger Position. Das war sie schon zu 2. Liga-Zeiten, wo Ramftel, Windheim, Aydin, Lode und so weiter und so fort ausprobiert wurden und das ist die Stand jetzt meiner Meinung nach auch. Windheim und Becker sind weg, Ramftel soll und wird wahrscheinlich gehen, bliebe noch Memo Aydin. Aydin ist halt die große Frage, wie gut funktioniert er als wirklich typischer rechterverleidiger in der 4er-Kette. Natürlich ist es auch möglich, dass Kramer mit einer 3er-Kette plant. Es scheint beides zumindest eine Variante zu sein. Aydin sehe ich eher als offensiv starken Außenverteidiger. Deswegen fehlt mir da noch ein Konkurrent, der so eine Mischung hat aus Defensivstärke, aber Offensivpower, zudem vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung auf Profiniveau. Und dann ist natürlich eine gute Frage da, wie wäre es eigentlich mit dem niederländischen Außenverteidiger-Duo? Links Thomas Ovian und rechts Hide Ter-Avest. 25 Jahre alt, vom FC Utrecht-Vertrag bis 2024 und ein Marktwert von 2 Millionen Euro. Das sind mal kurz die Fakten zu Ter-Avest. Letzte Saison war er beim FC Utrecht meistens Stammspieler und hat auch wirklich gute Leistungen gezeigt. Vom Spielertyp, finde ich, kann man ihn ganz gut mit Jonjo Kenny vergleichen. Und den kennen wir ja alle auf Schalke gut, ist er jetzt ablösefrei zu Hertha gewechselt. Er hat einen sehr, sehr hohen Einsatzwillen, läuft die Seite wirklich hoch und runter. Und das permanent, der ist immer da, immer zu finden, hat ein wirklich starkes Gefühl, ist ein gutes Tempo. Und vor allen Dingen auch nochmal, wenn man da den Kenny-Vergleich zieht, ist das anders oder besser. Er schlägt nämlich auch richtig gute, wie präzise Flanken. Und er hat da somit auch seinen Partner dann in dem Fall der Fälle mit Ovian durchaus etwas gemeinsam. Zudem kann Ter-Avest auch in der Dreier-Wiener-Viererkette funktionieren. Und ich finde, das ist dann Schalkes perfekte Lösung für die rechte Abwehrseite. Was für mich in der Kaderplanung aktuell so ein bisschen die größte Problemzone ist, ist die Innenverteidigung. Denn nachdem Kohitakura nicht gehalten werden konnte, für mich ganz klar der Abwehrchef, ganz klar der Verteidiger, wo man sagt, yo, der ist gesetzt. Natürlich hat man mit Malik Chao, Marcin Kaminski, Leo Greimel, Marcin Kaminski, Marius Lode, wie auch Ibrahima Cissé jetzt schon genügend rechte Innenverteidiger. Da ist man auch in der Breite gut aufgestellt, aber halt auch nicht mehr und nicht weniger. Bevor wir aber hier nach einem neuen, starken Mann suchen, gehe ich, und das kommt vielleicht etwas plötzlich, von einem Abgang von Malik Chao aus. Er wird ein paar Millionen Euro in die Kassen spülen, gibt es ein Angebot, wird Schalk ihn verkaufen, da bin ich mir relativ sicher. Und das glauben wir hier auch. Und wenn man dann mal guckt, Chao und Itakura wären weg, muss man hier nachlegen. Und da ich auch glaube, dass Cissé eher als klarer Perspektivspiel eingeplant sein wird, vielleicht auch erstmal Spielpraxen der zweiten Mannschaft sammeln wird, muss hier dann neben einem neuen Abwehrchef auch ein weiterer Herr. Und ich würde da auf jeden Fall dann nochmal ordentlich umbauen. Und der Nachfolger für Malik Chao, der ist perfekt zu finden in der zweiten Bundesliga. Und zwar Patrick Pfeiffer. Er hat eine richtig gute Saison für Darmstadt gespielt. Am Ende gab es halt nicht den Aufstieg für die Lilien, für Pfeiffer könnte es ihn aber trotzdem geben. Und es gibt ja auch schon Interesse aus der Bundesliga. Mainz 05 ist wohl sehr interessiert. Es ist zwar jetzt ein bisschen ruhiger geworden, vielleicht auch da die Chance für uns ins Rennen einzusteigen. Denn sein Vertrag läuft nur noch ein Jahr, sprich eine marktwertgerechte Summe von 1,5 Millionen Euro ist da sicherlich realistisch. Und natürlich auch, wenn es schau geht, darstellbar für uns, für eben Ther West und Pfeiffer ein bisschen was zu bezahlen. Und was mich beim Abwehrmann so unglaublich beeindruckt. Er ist 1,96 Meter groß. Dadurch ist natürlich schon mal klar, physisch hat er ordentlich was drauf. Und das hat er auch. Da ist er wirklich der Wahnsinn. Er ist aber trotzdem schnell, gut am Ball und beidfüßig. Was auch fürs Aufbauspiel nicht verkehrt sein wird. Und deswegen will ich Pfeiffer unglaublich gerne bei Schalke sehen. Und glaube auch, dass es bei einem Chao-Abgang realistisch ist. Und jetzt geht der Blick auf die Suche nach einem Itakurana-Folger. Und da habe ich ganz bewusst nach einem Spieler gesucht, der sowohl Innenverteidiger als auch Sechser spielen kann. Denn, was mir so ein bisschen fehlt, außer man plant vollkommen mit Viktor Palson, ist auch ein defensivstarker Sechser. In der Rolle sehe ich auch nicht zwingend Neuzugang Tom Kraus. Der ist für mich eher ein, ja wirklich seltsam zweikampfstarker Achter. Als Leiniger Sechser sollte Kramat damit planen, würde ich ihn nicht zwingend sehen. Deswegen müsste man da eigentlich nochmal nachbessern. Dass man dabei jetzt nochmal einen richtig typischen Sechser holt, glaube ich nicht. Deswegen würde man hier mit Sandro Laup auf jeden Fall nichts falsch machen. Denn er kann sowohl als Innenverteidiger als auch als Sechser sehr, sehr gut funktionieren. Bei den Young Boys aus Bern hat er wirklich gute Saison gespielt. Ist er auch immer mehr zum Führungsspieler gereift und könnte nun den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Er hat zwar noch einen Vertrag bis 2025. Ein Marken von 1,5 Millionen Euro gibt aber natürlich durchaus Möglichkeiten. Und auch da haben wir wieder den Faktor Tschau-Verkauf, eine gewisse Summe zu bezahlen. Laupar ist 25 Jahre alt, bringt somit auch einen gewissen Erfahrungsschatz mit. Kann sich aber halt eben auch noch weiterentwickeln. Ist wirklich sehr, sehr stark am Ball. Hat ein gutes Tempo, aber ist eben auch sehr, sehr stark in der Zweikampfführung und bei den sehr, sehr präzisen Tacklings. Und ich finde, dass das eine wirklich super Verstärkung für Schalkes Defensivabteilung wäre. Die Abwehr war damit abgehandelt und somit fehlt weiterhin eine Offensivverstärkung. Eigentlich sogar zwei. Im ersten 5-Transfer-Video für Schalk habe ich ja dort Tom Biasmo schon mal vorgeschlagen. Das hat ja funktioniert. Vielleicht klappt es jetzt auch mit dem nächsten Call. Denn wenn man mit zwei Flügelspielern plant, dann muss hier zwingen ein Notzugang her. Und da gibt es ja viele Gerüchte und ein Spieler macht am meisten Sinn. Und das ist Darko Cholinov. Natürlich, den kennen wir alle. Relativ unspektakulär jetzt den vielleicht in dem Video zu nennen. Aber er passt einfach perfekt. Letzte Saison zwei Tore gemacht. Sechs vorbereitet. Vor allem zum Ende unter Büskens. Ist er ja richtig aufgeblüht. Zum Spieler selber muss ich ja nicht viel sagen. Ein Schalke-Verbleib ist möglich. Das wissen wir. Aber auch nicht ganz so einfach. Stuttgart ist durchaus bereit, ihn zu verkaufen. Ich denke mal auch, sie wollen ihn verkaufen. Fordern aktuell 3 Millionen Euro. Das ist ein gutes Recht. Aber es ist auch das gute Recht von Schalke zu sagen, nee, da können wir nicht mitmachen. Klar ist, der Spieler möchte sehr, sehr gerne beim Königsblau bleiben. Das ist natürlich schon mal ganz gut zu wissen. Aber man muss natürlich da eine gute finanzielle Lösung finden. Eine neute Laie mit anschließender Kaufoption. Kaufpflicht ist wohl auch ein Szenario. Davon könnte vor allen Dingen auch Schalke profitieren. Vielleicht handelt man aber auch die Summe ein bisschen runter. Und ja, man wird vielleicht da aber auch noch ein bisschen Zeit mit einrechnen müssen. Was natürlich das Gute an Shulinov ist. Du weißt ganz genau, was du für einen Spielertyp bekommst. Er hat sicherlich auch unglaublich Bock auf Schalke. Sprich, du hast auch da wieder einen guten Charakter in deiner Mannschaft. Und er kann natürlich auch spielerisch weitere Elemente reinbringen, die man so im Kader noch nicht hat. Was für mich klar ist, ist, dass ein neuer Stürmer kommen muss. Klar, Simon Tirodde ist die klare Nummer 9 und auch die klare Nummer 1 im Sturm. Und wenn man ihn richtig einsetzt, dann wird er auch in der Bundesliga seine Buden machen. Marvin Pieringer ist für mich ein guter Backup. Den kann man immer wieder reinschmeißen. Ich bin gespannt, wie er sich in der Bundesliga entwickeln wird. Mit Marius Bülter, je nach System, wird er vielleicht auch eher wieder über die Außen kommen. Im Sturmzentrum werden ja auch schon einige Namen gehandelt. Der Deal mit Robert Glatzel war ja gefühlt schon durch. Ist dann kurz vor Schluss doch noch geplatzt. Aber es hat auch nochmal gezeigt, dass Ruben Schröder womöglich dann doch eher nach einem typischen Neuner sucht. Denn meiner Meinung nach macht es bei dem vorhandenen Kader, bei dem vorhandenen Personal mehr Sinn, eigentlich einen Stürmer zu holen, der etwas mehr über ein gutes Tempo kommt, der eher sozusagen Konterstürmer ist. Auch gut im Pressing funktioniert und vielleicht auch mal die zweite Spitze geben kann. Ich finde, so einen Stürmertyp hat man noch nicht und das würde deutlich mehr helfen. Aber, weil eben Schröder vielleicht dann doch eher so einen typischen Neuner haben will, habe ich dann eine wirklich sehr, sehr gute Lösung gefunden, meiner Meinung nach. Nämlich eine perfekte Mischung aus beiden Szenarien. Ein Stürmer, der auf Schalke auch noch gar nicht gehandelt wurde. Sprich, ein Neuner vielleicht auch für euch Fans. Und das ist Asan Sisei. 20 Tore und 11 Vorlagen hat er einfach mal in 33 Ligaspielen in der Schweiz hinbekommen. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsquote. Klar, Terodde hatte 30 Tore in 30 Spielen. Aber wenn du 31 Score in 33 Ligaspielen hast, ist das natürlich schon krass. Mit dem FC Zürich und unserem Ex-Coach André Breitenreiter wurde er zudem auch noch Meister. Und jetzt kommt auch noch das Beste, das ist sogar fast noch besser als die Torquote. Sein Vertrag läuft aus und er ist noch mal ablösefrei zu haben. Und das ist natürlich ein mega Argument. Sisei bringt eine unglaubliche Physis mit, ist extrem schnell und auch stark im Abschluss. Und ich finde, genau so jemanden braucht Schalke im Kader. Entweder als Backup für Terodde, neben Terodde oder auch mal statt Terodde. Und dafür ist Sisei wirklich perfekt. Und somit haben wir jetzt die weiteren 5 Transfers für Schalke gefunden. Und jetzt ist die große wie auch spannende Frage, wie sieht ein 1. Elf dann aus? Grundsätzlich muss ich erstmal eine Sache klären. Mit welchem System möchte Frank Kramer spielen? Die Bild-Zeitung sagt 4-3-3. Frank Kramer hat da Bielefeld oftmals sein favorisiertes 4-2-3-1 gespielt. Aber auch oftmals ein 4-4-2 mit Raute. Auch ein System mit Dreierkette ist zumindest mal nicht ausgeschlossen. Also viel Auswahl. Ich habe es jetzt mal im 4-3-3 aufgemalt. Und das sieht folgendermaßen aus. Im Tor ist die Lage jetzt auf jeden Fall klar. Schwolo ist die Nummer 1. Fährmann ist die Nummer 2. Hekerin soll ihn herausfordern. Michi Langer ist sozusagen die Nummer 4. Das sieht auf jeden Fall jetzt gut aus. Und das sollte für den Abstiegskampf auch wirklich reichen. Dann eine mögliche neue 4er-Kette wäre auch nahezu komplett neu. Ter Avest wäre dann hier erstmal gesetzt. Aydin traue ich das aber auch zu. Der hat mal einen richtig guten Konkurrenzkampf. Und in der Innenverleihung eine sehr, sehr gute Auswahl. Lauper und Pfeiffer als neues Abwehr-Duo. Wobei ich auch in dem System sagen muss, kann ich mir Lauper sehr, sehr gut auf der 6 vorstellen. Weil, wie gesagt, Tom Kraus für mich ein bisschen weiter nach vorne gehört. Zumindest gehört er für mich nicht als Leinhänger-Sechser. Den ist mir ein bisschen zu offensiv. Und Schalke sollte jetzt auch nicht alles nach vorne schmeißen. Sondern auch natürlich sehr defensiv solide stehen. Deswegen auch da die Option Lauper auf die 6 zu ziehen. Ansonsten Lauper und Pfeiffer fände ich ein sehr, sehr spannendes und neues Abwehr-Duo. Greimel, Lode, Kaminski, Cieserban dann auch noch mit dabei. Und auf links natürlich Ovian klar gesetzt. Chalanuklu dahinter. Bei einer Dreierkette wäre hier auch Tobias Mohr eine Option. Matriciani gibt es natürlich auch noch. Der kann ja defensiv alle Positionen ausfüllen. In dem System wäre dann aber eben Kraus auf der 6 der erste Ansprechpartner. Wobei ich auch eigentlich sagen muss, dass sich Florian Flick den Schritt in die Bundesliga mehr als zutraut. Sich finde ich klasse entwickelt. Viktor Pahlsson für mich klarer Backup. Doppel 8, Doppel 10 fände ich eine sehr, sehr spannende Mischung aus Moulier und Rodrigo Salazar. Dahinter mit Dong Zhongli, Latza oder auch Blendi Idrissi. Weitere Alternative natürlich auch Dominik Drexler. Und dann die offensive Dreierreihe mit Bülter, Terodde und Mohr. Drexler, Chulinov, Ciesai, Piringer noch dahinter. Da hat man eine sehr, sehr gute Auswahl. Auch hier nochmal ganz wichtig. Natürlich ist es jetzt eine 1. Elf und eine B-Elf. Wenn man das so sagen möchte, man kann es aber auch wunderbar untereinander tauschen. Deswegen werde ich jetzt nicht sehr darauf festhalten, ob jetzt Bülter auf rechts spielt oder auf links oder im Zentrum. Das variiert im Spiel so unglaublich viel. Und deswegen finde ich, wenn man sich den Kader anguckt, kann man auch da sogar sehr, sehr gut mal in VIVZ mit Raute spielen. Auch Dreierkette wäre möglich. Du hast da sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, was ein Vorteil sein kann. Und somit, ja, macht das auf jeden Fall schon mal einiges her. Also, Schalkes Transferplanung läuft ja auf Hochtouren. In den letzten Tagen ist einiges passiert. Und ich finde, diese ersten Deals machen Sinn. Sie machen einen guten Eindruck. Klar ist aber auch, weitere neue Spieler müssen her. Es gibt nur ein einziges Ziel. Das ist der Klassenherhalt. Das ist vielleicht auch eine neue Bescheidenheit, die manche gar nicht von Schalke kennen. Woran sich auch sicherlich einige eigene Fans dran gewöhnen müssen. Aber es ist auch der vollkommen richtige Weg. Denn es sollte jedem klar sein, Schalke 04 wird einen harten Weg haben, in der Bundesliga auch in der kommenden Saison zu spielen. Es wird schwer genug, die Klasse zu halten. Meiner Meinung nach kann das auf jeden Fall eher gelingen, wenn man meine fünf Spiele an Bord holt. Weil diese finanziell gesehen durchaus Sinn machen. Vielleicht auch vom Charakter. Dann auch gut passen wir hin. Und vor allen Dingen auch spielerisch weitere Elemente reinbringen. Und jetzt seid so guter Letzt natürlich wie immer noch ihr gefragt. Welcher meiner fünf Transfer-Vorschläge macht am meisten Sinn? Wo muss Schalke auf jeden Fall nachlegen? Welcher Spieler muss auf jeden Fall da hingehen? Und dann könnt ihr auch mal gerne noch weitere Teams in die Kommentare schreiben für die nächsten Videos. Drei, vier Folgen wird es auch ungefähr geben von fünf Transfers. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao. Und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.